Ja, ihr kennt sicherlich das Problem, wenn ihr hier in Blender irgendetwas skaliert oder so, dann verschiebt sich mitunter auch immer die Unterkante, gerade wenn man die dann wirklich auf einer Fläche gerade ausgerichtet hat, ist das natürlich blöd. Umso besser ist es dann, wenn man hier diesen Ankerpunkt dieses Objekts einfach versetzen könnte. Und das ist ziemlich einfach. Ihr geht einfach hier, nachdem ihr das Objekt ausgewählt habt, in den Bearbeitungs-Mode, also in den Edit-Mode. Ich wähle jetzt hier die Kantenauswahl, wähle die untere Kante, drücke dann Shift und S und sage hier unten Cursor an Auswahl. Dadurch springt dieser 3D-Cursor hier an meine Linie. Dann gehe ich zurück in den Objektmodus, klicke das Objekt rechts an und gehe dann auf Ursprung festlegen und sage Ursprung zu 3D-Cursor. Jetzt ist der Ursprung da unten. Wenn ich jetzt das Objekt anklicke, kann ich zum einen zum Beispiel, wenn ich jetzt hier über N rechts das Menü einblende, kann ich sagen, jetzt hier die Ausrichtung ist jetzt die Position 0, dann springt es automatisch auf diese Fläche. Also ist es tatsächlich möglich, das Ganze so auf diese Art auszurichten. Das Coole ist, wenn ich es jetzt skaliere oder was immer ich mache, dann bleibt es immer unten auf der Fläche liegen. Und ja, das ist genau das, was wir wollen. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial zu Blender hat euch geholfen. Ihr könnt es vielleicht schon ahnen. Ich eigne mir gerade Wissen im Bereich Blender Anfange, also mehr oder weniger auch gerade erst damit an. Falls ihr Bock habt, hier wirklich ausführlichere und coolere Tutorials zu Blender zu sehen, dann sagt mir das einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über ein Like, über ein Abo und sage für heute erst einmal auf Wiedersehen.